Am Sonntag feierten viele Sylter Kinder im Keitomer Friesensaal Fasching. Der TSV Tinnum 66 hatte den tollen bunten Nachmittag für die Kids organisiert. Der Saal war fest in den Händen von Prinzessinnen, Vampiren und Piraten. Ein schönes Programm mit viel Musik, Tanz und Spielen hielten die Kleinen bei Laune. Der Eintritt war für alle frei. Das war eine tolle Aktion. Getränke, Kuchen, Würstchen und all die anderen Leckereien gab es zu sehr familienfreundlichen Preisen. Und das ist auf der Insel keine Selbstverständlichkeit. Der Friesensaal war rappelvoll. Kinder und Eltern erlebten einen gemeinsamen schönen Nachmittag. Vielen Dank an die ehrenamtlichen Helfer, die so einen tollen Fasching erst möglich gemacht haben.